Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen heute wieder mal ein bisschen Star Wars Battlefront mit ganz bestimmten Waffen. Heute Team Sniper gegen Team Shotgun. Let's go! Ich würde eigentlich viel lieber da hinten kämpfen. Sieht voll geil aus. Ja, bei dem Steg da, ja. Die Imperial-Truppen lassen uns keine Wahl. Hier wird dann so der Transport durchgehen. Wir müssen uns hier erst mal sammeln, Leute. Wo sind die Sniper-Boys? Da hinten sind sie. Ja, schade. Übel-dumm von dir. Wo sind sie denn? Ach, geil, Jun. Hat sie weiter. Du, man springt hoch. Ja, ist ein. Sieben. Bei Jungen habe ich erwischt, aber... Womit lebst du noch? Ja, ja. Alter, das ist noch der Tag. Ich stehe jetzt nicht mehr. Aber ich bin ein bisschen hoch. Ich bin ein bisschen hart. Ich bin ein bisschen hart. Ich ziel zur Zeit auf mich. Ich hab movement. Ich bin auf der Stelle gefliehen und ich schieß da. Ich roll auf der Stelle, Alter. Der springt hoch. Pass auf! Scheiße! Ja, ich bin oben. Ich bin oben. Wo ist er? Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Was für ihn? Ist das so möglich? Fabian hat die. Fabian hat die. Fabian hat die. Da unten laufen sie. Da, 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 Fabian neben diesem Schmelz. Offen Ding. Ich brauche meine rauf. Oh mein... Oh, Jo! Leggy springt einfach hoch. Oh, Leggy, Alter. Das war krass. Hinten kommt einer hoch. Hinten läuft einer hoch. Hinten läuft einer hoch. Kommt er nicht? Kommt er nicht? Boah! 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 Achso, sehr gut. Sehr gut. Hinten ist da noch Yuma. Ja, ich hab's gesehen. Vorsicht, Tommy! Aber ich hab ihn. Nein! Ich weiß nicht, was er wieder macht. Jetzt einfach mir vorbeigekommen. Vorsicht, Tommy! Und er tötet mich. Ich hab mich nicht gesehen. Sie kommen, Justus. Ich kann beide töten. Ich hab Angst, Justus. Lauf rein. Da ist ne Stolpermine! Da ist ne Stolpermine! Da ist ne Stolpermine! Oh mein Gott! Ich treff nicht! Halt den Gang, Justus! Halt den Gang! Oh Gott! Sie kommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich laufe da noch rein! Fabian versucht mal wieder auf unseren Steg zu kommen. Wo wir... Oh mein Gott! Wo wir am Anfang waren. Niggi ist hier! Justus, ich brauche dich! Wo ist er? Wo ist er? Direkt vor mir! Er will mich! Oh mein Gott! Fabian ist krass mit der Sniper! Was denn das? Der war geil! Das war Dreck! Der ist hier irgendwo! Der ist hier irgendwo! Pass auf, der ist hier Klaus! Die Sniper kann noch aus Shotgun benutzen. Die Shotgun aber nicht als Sniper ist das gut. Schön! Ich habe OV getrocknet, aber er lebt noch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Oh nein! Ja! Aber Justus, wie kannst du eigentlich mal leben, Justus? Ja! Das ist auch krass! Ich verstehe nicht! Das ist der Stolper wieder! Hier ist noch irgendwo einer! Boah! Justus, Mann! Und, 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 und! Und da! Oh, jawoll! Oh, weh! Erstmal weggeschossen! Wo sind wir so offen? Was? Was? Das ist auch witzig! Stirb doch! Stirb doch! Stirb doch! Nervous! Also wie weit oben? Ist einer unter uns irgendwie? Spielt einer von euch eigentlich diesen Stürmer da? Na? Ne, das ist... Oh, das ist hier irgendwo wieder! Jo, Jo, Ma! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, geil! Ah, jetzt haben wir unsere Position da oben verloren, die war eigentlich richtig gut! Wo kannst du denn hier? Oh, Jo! Ja, ich von oben! Oh mein Gott! Wieso bleibt nicht da drauf stehen? Wo war der denn? Über uns! Was? Rette mich! Rette mich! Justus, wo ist er? Wo ist er denn? Er ist runter! Alter! Ich zieh ihn ein! Ich zieh ihn ein! Oh nein! Oh Mann! Oh Mann! Niki, geh mal weg! Niki! 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 Ich dachte, das ist falsch! Ja, ihr könnt ihr nicht! Aufschreden, ich komplett hops wandern! Nein! Die Runde ist verloren! Geht weg! Nein! Habe ich immer erwischt! Nein! Also es war fast so ein bisschen kasselnd, an euch ranzukommen, also das war wirklich krass! Ja, aber wenn man da ganz oben war, dann haben wir immer richtige Chancen gehabt! Hey Leute, ihr gebt zwar einen ganz kurzen Einschub und zwar wärs richtig cool von euch, wenn ihr mal die Seite Instant Gaming ausdruckt, mit der bin ich verpartnert und da könnt ihr richtig dick Geld sparen, denn dort gibt es ganz viele Spiele, Guthaben, Abonnements und so weiter für deutlich weniger Geld! Ist auch egal, ob ihr auf der Xbox spielt, auf dem PC spielt, auf der Playstation spielt oder auf der Nintendo Switch spielt, dort gibt es eigentlich Angebote für alles und wie gesagt, dort könnt ihr richtig dick Geld sparen! Des Weiteren gibt es dort jeden Monat ein Gewinnspiel, wo ihr dann ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt, das heißt mitmachen lohnt sich! Dafür müsst ihr halt wirklich nicht viel tun! Checkt mal unbedingt die beiden Links in der Videobeschreibung aus, sind ziemlich direkt oben! Und jetzt geht's auch weiter! Und reingeht's in die nächste Runde, diesmal bin ich bei den Shotgun-Spielern! Oh hinten! Ne, du bist da voll wie gestorben! Ey, pass auf Justus, ist hinter dir! Hä? Aber Justus, der ist gar nicht so krass, wie man denkt, glaube ich! Ich hab letztes Mal auch damit getroffen, der macht nur so 60 Prozent oder so! Was ist das? Ja, auf die Distanz schon! Ja, auf die Distanz schon! Naja! Ups! Wettchen! Also, was? Ich treff' gar nicht! Du siehst mit vier Schlüssel auf dein Körper und du stirbst nicht! Hört ihr ihn? Jawoll! Ja, ja, ich auch nicht! Ich weiß leider auch nicht, wo ihr seid! Leider auch nicht! Hier, raus! Hier bist du riesig! Oh, dass das ein One-Shot war! Oh nein! Die sitzen da unten drinnen, Mann! Ja, ja! Wir sind da aufgeschwissen! Gehen wir einfach alle rein jetzt! Ja, ja! Ja, wo ist das? Hier ist die Miene! Pass auf, pass auf! Ich treff' aber auch nicht mit einer Shotgun! Ich hab' ihn! Nein! Ich hab' euch nicht gesehen! Wo ist Leci? Leci ist da auch noch hier, oder? Ja, Leci ist auch da! Oh, hier! Das ist doch wie? Wo ist Leci? Ich bin in der Umgebungsbombe gelaufen! Okay! Jo, Alter! Ist er! Da oben ist er! Oh mein Gott! Nein! Oh, Leci, lass mich! Oh, Leci, lass mich! Lass mich, Leci, lass mich! Juma ist einfach in dem Container! Wie kann das eine nicht so wollen? Ah, er kommt! Ist aufgeregt! Hinter dir ist Leci! Oh, Niki kommt von hinten! Niki kommt von hinten! Niki kommt von hinten! Niki kommt von hinten! Oh, wo von hinten! Ich weiß nicht mal, wo ihr seid! Oh, Fabian! Oh, Fabian! Die ist eigentlich schon explodiert! Nein! Oh, hat Fabian irgendwie eine Rüstung an, oder was? Ja! Ja, aber die halten ja eigentlich nix aus! Da hinten war einer! Oh Gott! Da springt einfach! Oh, nice! Ich hab' ihn getötet! Das hab' ich jetzt nicht verstanden! Die ist eigentlich schon explodiert! Ich hab' ihn getroffen! Oh nee! Ich hab' ihn getroffen! Oh nee! Ich hab' ihn getroffen! Oh, ich hab' ihn getroffen! Ihr seid ihr beide runtergefallen? Ich hab' ihn sichern! Ne, ich leb' hier noch! Wie? Wie kann das sein? Aber das ist die gleiche Stelle wie vorher! Ich komm' hier wieder nicht raus! Wo ist der? Oh, nice has born! Ja! Jetzt bist du aber tot! Oh, Leci ist so low und ich kann ihn nicht töten! Warum wurdest du mir nicht mehr angezeigt? Ich stirb' noch, Leci! Das gibt's nicht! Ich hab' ihn einfach nicht getötet, Mann! Ah! Töte sie! Loma! Das ist noch einer! Oh Gott! Macher! Die hab' ich den Gini-Schilste versimmelt! Nein! Auch immer oben! Das ist immer oben! Die anderen holen wir uns auch noch! Nein, Fabian! Oh mein Gott! Was soll das denn Fabian eben?! Äh? Zum Glück ist die Kacke! Äh! Was ist das denn? Komm' mal knapp, ey! Richtig knapp! Und damit, liebe Leute, war es das wieder mal mit ein bisschen Steil! Star Wars Battlefront Action! Ich hoffe, ihr habt Spaß! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Und... Ciao! Ciao! Di in hinех! Ciao! zent